In diesem Abschnitt möchte ich Ihnen nun den neuen Lockerungsmodus für Skizzenabhängigkeiten zeigen. Aktivieren Sie hierfür bitte durch einen Doppelklick die Skizze 1 des Bauteils Lockerungsmodus. Mit der Taste F8 können wir nun alle enthaltenen Skizzenabhängigkeiten für diese Elemente anzeigen. Bevor wir nun mit Änderungen an diesen Skizzen-Elementen beginnen, achten wir nochmals darauf, dass der Lockerungsmodus aktiviert ist. Also gehen wir hier zu den Einstellungen unserer Skizzenabhängigkeiten auf die Registerkarte Lockerungsmodus und setzen hier das Häkchen, um den Lockerungsmodus zu aktivieren. Mit OK bestätigen wir nun die Eingabe. Sie erkennen vielleicht schon, dass die Länge dieser Linie durch die Skizzenabhängigkeit gleich auf die Länge dieser Linie gesetzt wurde. Nun möchte ich aber die Länge dieser Linie unabhängig machen, d.h. eine neue Bemaßung setzen. Bis zur Version 2014 von Inventor hätten wir nun diese Abhängigkeit löschen müssen, damit wir eine neue Bemaßung platzieren können. Im Inventor 2015 mit aktivem Lockerungsmodus ist das nun nicht mehr notwendig. Wir können mit der Taste F9 die Sichtbarkeit dieser Symbole wieder deaktivieren und nun erstellen wir eine Bemaßung für die Länge dieser Linie. Platzieren wir gleich dieses Maß und hier erhalten wir nun eine Warnung, dass durch die Platzierung dieser neuen Bemaßung die Skizzenabhängigkeit gleich, welche hier auch angezeigt wird, gelöscht wird. Wir akzeptieren das mit der Eingabe von Ja und können nun unsere neue Bemaßung beispielsweise mit dem Wert 55 direkt eingeben. Mit Rechtsklick OK beenden wir den Bemaßungsbefehl. Durch den Lockerungsmodus ersparen wir uns also den Schritt, zuvor die bestehende Abhängigkeit zu löschen. Dies funktioniert auch für Winkelbemaßungen. Ich möchte nun beispielsweise diese beiden Linien nicht mehr lotrecht dargestellt haben, sondern unter einem Winkel von 75 Grad. Hier erstellen wir ebenfalls eine neue Bemaßung zwischen den beiden Linien und auch hier erhalten wir nun diese Anzeige, dass die Abhängigkeit lotrecht gelöscht werden muss. Mit Ja bestätigen und wir geben hier anschließend den Winkel von 75 Grad ein. Dieser Lockerungsmodus funktioniert nicht nur durch Setzen von neuen Bemaßungen, sondern wir können durch Platzieren von neuen Skizzenabhängigkeiten auch bestehende Abhängigkeiten überschreiben. Ich verwende zum Beispiel die Skizzenabhängigkeit vertikal für diese linke Kante unseres Objekts. Wir bestätigen wieder mit Ja und wir sehen, dass dadurch die Lotrechtabhängigkeit an dieser Stelle entfernt wird und die neue Vertikalabhängigkeit wird hier platziert. Aus meiner Sicht ist dieser neue Lockerungsmodus in der Skizze von Inventor ein sehr gutes Werkzeug, um effizienter in der Skizze zu arbeiten.